Das hat Heilbronn noch nie erlebt. 24.000 Menschen strömen hier in das Frankenstadion. Ausnahmezustand. Wer hier mit dem Auto angereist kommt, ist selbst schuld. Der große Ansturm verteilt sich ein bisschen über den Nachmittag, weil die Tore schon seit 15 Uhr geöffnet sind. Pink in Heilbronn, ein Weltstar in Heilbronn. Die amerikanische Popfin reist mit einem ganzen Hofstaat an. Techniker, Organisatoren, Wachleute und sogar ein Spezialkoch. Lange ist es her, dass sich so viele Menschen im Frankenstadion gedrängt haben. Das letzte Event dieser Größenordnung war vor 13 Jahren das Backstreet Boys Konzert. Die Zuschauermassen werden von einer langen Schlange über den ganzen Parkplatz und dann die gesamte Theresienstraße entlang geleitet. Hier ist Geduld gefragt. Obwohl Pink erst um 21 Uhr die Bühne betritt, ist das Stadion bereits jetzt gut gefüllt. Denn schließlich startet schon jetzt das attraktive Vorprogramm. Wie fühlt es sich denn an, wenn man jetzt aus Moosbach nur hier nach Heilbronn muss, um so einen Weltstar, einen amerikanischen Weltstar zu sehen wie Pink? Das ist toll. Ich habe gedacht, es wäre ein Fake, dass die nach Heilbronn kommt. Aber es stimmt wirklich. Jetzt glaube ich es. Nein, ich finde es toll, dass sie hier ist, dass sie in der Region ist, dass man hinkommt. Wenn das mal nicht pink ist. Genau. Pink von früher. Heute ist es sehr blond, aber egal. Wir haben uns am Namen orientiert. Richtig. Sind Sie schon von früher her auch Fans und vor zehn Jahren? Ja, ja. Also ich habe sie schon immer gern gehört. Und ich habe vor kurzem ein Konzert von ihr im Fernsehen gesehen und war so begeistert, dass ich gedacht habe, da muss ich hin. Ist doch die Stimmung ganz anders, wenn man hier live dabei sein darf. Ich erwartiere natürlich eine grandiose Show von Pink. Pink ist jetzt gar nicht so der Rockstar, sondern er ist so ein bisschen ein Pop-Rockstar. Aber sie stehen... Ja, aber ich bin halt eine klasse Frau. Ganz einfach. Die strahlt halt einfach was aus. Sexy viel. Und Musik ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich war schon in Frankfurt und es hat mir einfach so toll gefallen mit meinen Freundinnen. Und da mussten die Männer dann daheim bleiben. Und dann habe ich halt erzählt, dass es einfach so toll war. Und dann wollte er unbedingt auch hierher. Während hier gerade noch die letzten Nachzügler ins Stadion laufen, sind wir schon wieder draußen, weil Aufnahmen während des Konzerts leider verboten sind. Obwohl ganz viele mit dem Auto angereist gekommen sind heute, ist das große Verkehrschaos ausgeblieben. Dafür haben die Fans lange Fußwärsche in Kauf genommen. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass das nächste große Event dieser Art nicht wieder 13 Jahre auf sich warten lässt. Die Heilbronner Stimme, Hohenloher Zeitung und Kreichgau Stimme. Lesen, Wissen, Mitreden.